liefer schwierigkeiten gott zwei groß ist das so easy going so ungefähr so schwer wie er jage zweimal groß ja wobei es niemals schwerer weil er vergiften kann allerdings ist aber auch das gift das einzige was schaden macht am großfrogi was ihm wiederum ungefährlich macht naja der pilo ist bei keinem doch dachte ich mir dass einer auf dem wasserfall anfängt noch hier nicht dass du mir noch stirbst gegen den bösen großen großfrogi oder sagro ich hasse die morf axt wer macht das mit sicherheit mit absicht damit der großfrogi ein bisschen schwieriger wird na komm großfrogi hau ihn halt um au au ja komm was soll noch öfter habe jetzt kritisch jetzt mal du rumpelst noch nicht kollege oh ok ich habe nichts gesagt ich fange ihn dann mal ab ich bleibe die richtige trallolo musik au ja danke schmeißt mich auch noch aus dem bereich raus Alter Naja gut, was heißt ihr? Oh Ich glaube wir haben uns da alle Selbst so ein bisschen im Weg gestanden Weil, naja Aber andererseits hat er natürlich eine ziemlich harte Waffe Muss man ja auch mal sagen Aber ich glaube es war trotzdem auch Teilweise, weil wir uns im Weg gestanden Ob wir da jetzt überhaupt noch hinkommen Es wird knapp von der Zeit her zum Looten Aber man kann es ja mal probieren Ist auch kein Meister von Himmel gefallen Komm schon Gib Gummi Da ist er Ah komm, das schaffen wir noch Eine haben wir zumindest noch Noch einen Toxinbeutel Nein Für alle drei Loots hat es nicht mehr gelangt Aber egal Zwei von drei ist ja auch schon mal was So Und wir kriegen noch ein bisschen Haut von ihm Und eine Schuppe Und zwei Toxinbeutel Und drei sogar Okay Von mir aus Interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr Ich habe alles von Großvorgi, was ich will Und wenn ich noch was brauchen sollte Dann farm ich es mir halt Das ist jetzt auch nicht so das Schwere Möchte ich mal so behaupten Ich kann da eigentlich gleich in die Lade trot oder so machen Oder pink radian Ich heiße jetzt mal hier oben So Und zwar ein Königstrotan mit Temperament Nee 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 Nee, das gibt verteidigen, das ist blöd Meister Cola Mega Baby Oh, da war Glückskatze Hier Glückskatze Oh, Glückskatze Yay, wir haben Glückskatze bekommen Gut, was hat der jetzt da ausgepackt? Der kommt irgendwie auch hier Ohne mit einem neuen What the fuck Mugia Zauber Das ist eine Drachenwaffe Nee, Magier Okay Ah, wieder Lootrot Nimm Gegend Geht Mit Ja Jo 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 Jo